Moin Leute und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es nicht weiter mit Paladins. Heute ist das erste Mal Paladins tatsächlich. Ja, was ist Paladins? Das ist ein Shooter-Game. Ihr werdet sehen, wie das funktioniert. Viel Spaß mit dem Video. Ah ja, und Kiste, also Drew ist auch dabei. So, IO, let's go. Was ist das? TDM. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Damage. Irgendwann muss man Damage nehmen. Komm schon, die zwei, die noch nichts haben. Corvus und Maith, okay, Drogo, Ceres, Vivian. So, und Digger, ich hab S übrigens, ja. Und zwar geschnetzeltes mit Reis. Stabil. Stabil. Auch die kleine Schmutzung kann die Stabilität verändern. Okay. Jetzt muss ich nicht meine Tastatur auf Karschen lecken. Ich hoffe, du verstößt alles in Tastatur, ey. Wär schon funny. Ne. Doch, wär extrem funny. Es geht los, by the way. Stehst da einfach nur rum. Okay, dann machen wir das halt zu viert. Dich brauchen wir gar nicht. All right, all right, all right. Ich muss einfach meine Haare jetzt zusammeln. Tick, tick, tick. Ne, man hat lange Haare. Ah, okay. Oh mein Gott, wer ist denn so ein Pischer und hat lange Haare? Ja. Der Tank rennt grad in den Tod rein, aber er lebt noch. Irgendwie. Ey, wie lebt der Typ noch? Ich bin tot. Weiß ich wie, aber... Legt an den langen Haaren. Achso. Ja, sorry. Nein, will ich sterben. Ich will heilen. Ey. Ich bin nur der Medic. Dann benutze ich schon meine Ki-O und dann... Offenbart. Witzig. Du bist geheilt. Du bist geheilt. Geil, danke dir. Ich kann ja bloß bei körperlichen Verletzungen helfen, nicht bei geistlichen Verletzungen. Dafür bin ich nicht zuständig. Das ist nicht mein Job. Warum? Weil das nicht mein Job ist. Hab ich nicht gelernt. Weil ich dich beschwere oder ich heile dich gar nicht. Ich bin Noob. Tja. Perfekt. Hat das nicht gerade full geheilt, Digga? Was? Oh mein Gott. Boah. Oh ne, oh ne. Das ist ganz kacke. Da ist ja auch mal gestorben. Nein. Fuck. Ich hab meine Ult. Meine Ult gezündet. Oh, wir werden jetzt so low. Oh, geil. Hm, ist ja gestorben. Hinter hier ist bei 50% schon, Digga. Was? Have you met my friends? Was für Freunde. Hm? Digga, hol auf unser Tank denn hin. Leider ist er tot. Nein. Gott. Ey, der Image ist so schlimm. Okay, jetzt bin ich glaube ich tot. Ne, 55 Leben. Okay, da ist Drogos. Drogos hab ihn nicht umgebracht. Oh, das ist ja ganz schlecht. Nein. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Kann ich auch B sagen? Oder so? Oder was anderes? C. Uuh Ca. Ich hab nur was leuchten gesehen, das war ein Gegner. Ja, da hinten ist auch ein Gegner. Ey, hier sind mehr. Oh oh. Uhhh, da ist er ja. Oh, sie ist tot. Ja, okay. Wo ist ein piece Drogo aus, lol? Ne, die ist nicht tot, lol! Die steht in mir! Pssssss. Oh, Drogo. Nooooo. Ah, die Luftschießen, ey. was für freunde zu heilen ich kann nicht heilen habe ich geheilt ich würde ich ich würde gern den hier nehmen muss ganz kurz weg du bist doch viel beschweren gut okay guck einmal nach unten rechts alter ein kompetentes stück ist unten links aber okay ja ist das gleiche ich muss da nicht hingucken ich merke schon wenn ich tot bin ich achte nicht auf mein eigenes leben nur auf die meiner mates in der ultimative healer na hoppala ich dachte bis rein ins void gesprungen komplett alter das war aber close das wird fernando ist extrem einfach zu heilen wenn er sein schild macht nimmt er einfach kein folgen hier leben in einer klaren ziel die sie die spitz 64.000 heilung let's go mehr heilung als damage gemacht wurde moment habe ich jetzt irgendwas geschafft ja ich habe ganze vier tanks gekült herr fand flanke die gnaden kein tank daneben flanke aber war dieses fliegende viel nicht tank nein das ist drogos das ist attack glaube ich gucke jetzt nochmal warte wo ist er champion schade mal bitte die stufe vom sinn an er ist oh mein gott ich glaube stufe 91 victor stufe 236 sind ach so digger genau wir haben auch kein tag in belagerung und wer hätten wir einen zweiten healer könnte ich zu teilen wechseln shit man kann wechseln ja du kannst unten rechts bei champions wechseln so lange man der letzte gegner nicht ausgewählt hat und er hat die haben aber schon ausgewählt den kannst doch du kannst da wechseln wie kann man wechseln und rechts bei champions ja habe ich schon und dann glückst du auf den champion den du machen willst du glückst auf den champion anpassen jetzt ist spät die innerische aio gesüchtet und dredge gegner haben und hängen darf von mir in level 236 haben nicht für ein tank so berg hier sind die low level also im gegensatz zu unserem das fütige also das müssen wir eigentlich schon gewinnen der müsste schon karen jetzt ist er einfach das ist einfach ich in velen du so wie ich wenn du ihn geschaut hat hat er einfach paladins geschaut wenn man kann auch darüber damit fährt geht es nicht mehr hätte mir meine fähigkeit selbst geschafft junger wie reitet koha bitte auf dem pferd als der ultra gangster da muss nicht mal sitzen er kniet einfach der typ ist aber nur krank ne das ist ein gamer die schweiß damage die alter ich bin ja dass du gegen mich kämpfen willst maiv ja 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 jetzt bist du betäubt jetzt bist du gleich tot schadeau 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 ey vertreiben die aus der mitte ohne tank nice müssen wir zehn drei weil betrachten wieso das der welchen das Vielleicht bin ich tot. Okay, oh! Ich muss jetzt sagen, alle leben noch, aber naja, war ne Lüge. Jetzt ist einer tot. Digga, ich bin jetzt schon tot! Ich komm grad in die Mitte und ich bin tot! Digga, von wo kam der? Ich glaub, der Zinn weiß, was er macht. Achtung, Maeve von links. Oh, das wird zu übel. Die Ulti ist aber weg, weil Maeve gestorben ist. Ich wusste nicht, dass die Ulti dann abgebrochen wird. Ich dachte, die bleibt trotzdem. Okay, nice. Jetzt haben wir die Mitte. Oder was ist Mitte? Die Cargo. Mein Krill. Ich kann... Hätte dieser Zinn nicht eine Sekunde stehen bleiben können, dass ich in Full Heal hätte können? Fahr schneller. Pfff. Jo, der ist aber reingedash und gestorben. Achtung, IO. Boah, das ist wies. Ich versteh mich grad in nem Baum, Alter. Baco. Müssten wir haben. Nice. Trotz Gegner Schulti noch. Ich wollte grad GGWP schreiben. Warum? Weil ich's von Valorant gewohnt bin, nach jeder Runde einfach GGWP zu schreiben. Nachdem Sieg da steht. Hehehehe. Das ist eine Scheiße. Opfer. Und hast du schon was auf der Tastatur verschüttet? Ne, noch nicht. Überrascht mich tatsächlich. Mich auch. Mach mich auch traurig. Mich nicht. Mich schon. Ja, ja. Hehehehe. Ich meine Ulti gleich ready. Ja, hey. Freude. 3, 2, 1. Aaaaah. 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 Beide, beide, man hat die Ulti gemacht. Geil. Neee. Einfach tot. Dors, Nico. Heilen. Wo bist denn du? Ich bin... vor dem Tod gewesen. Ah. Hab ihn nicht gesehen, LOL. Leute, die die Gegner schon IO hat, äh, das Schild, äh, das Schild, äh, das Schild, wenn man springt, warum auch immer. Vielleicht. Äh, wer fliegt denn da? Die Köpfe der Gegner fliegen. Wupp! Hallo! Wir müssen mehr bekommen. Der kleine fette Zwerg. Niiiice. So wollen wir es haben. Ja, geh jetzt nach vorne, du Kek! Was? Geh nach vorne. Wenn die da vorne sind, kannst du auch nach vorne. Wenn du nur Heulen brauchst, komm einfach zurück. Geh unsere Licht. Danke. Äh! Der Pistil wirft so Granaten rein. Ja, ja. Das ist die normale Attacke, also. Ist nervig auf dieser Stelle. Ich würde es bevorzugen, wenn er... Natürlich hat er genau in diesem Moment seine Ult, äh, äh, sein Drecksschuld gesetzt. Und was ist die trocken denn? Wie ich hab' die Schilder. Tja, die Ult hat nicht mehr was gebracht. die GWP macht doch Prozent Schütz die Sprache dann sagt KGP wir letzte Huren so mit 12.000 Schaden der 8.000 Heilungen Mörder war gar nicht nur ist Kacke ach du scheiße wie erwartet der Zinn war am besten ich meine war auch erwartet also zu erwarten so das war es wieder mit dem Video ich hoffe dass es euch gefallen hat wenn ja lasst ein Like und ein Abo da und kommentiert ob euch Paladins gefällt ob ihr mehr davon sehen wollt und so join meinen Discord und wir sind beim nächsten Mal wieder Tschüss